Burg berichtet über einen gemeinsamen Ausflug von Oprah, Jennifer Lopez und Ben zu einem intimen Abendessen mit Brunello Cucinelli. Obwohl der Abend zweifellos von Stars gesäumt war, erfüllte den Raum eine tiefe Verbundenheit. Die Cucinellis haben vor kurzem Los Angeles zu ihrem zweiten Zuhause gemacht und hegen eine tiefe Zuneigung für Freunde der Marke NLA. Jede Person, die anwesend war, war entweder ein Freund von Mitch oder Herrn Cinelli oder hatte Verbindungen zu jemandem in der Familie Cinelli. Oh je, schon wieder eine Party, zu der jemand nicht eingeladen wurde. Glaubst du, sie verwenden ein Monitor diese Tage Plastikteller? Ich meine damit die Frau dieses einen. Laut einer Quelle ist Oprah eine seltsame Ergänzung zu dieser Gruppe. Die Quelle auf den Blind-Eis-Beitrag sagte, dass Oprah und Meghan ein Paar seien, aber als beide baten, sich Jennifer Lopez und Ben's Gruppe anzuschließen, wurden nur Oprah genehmigt. Das bedeutet, dass Meghan von Anfang an ausgeladen wurde. Der Beweis dafür ist, dass wir Meghan nicht mit den Prominenten am Donnerstag herumhängen sehen. Als die Gäste in den Chateau Marmend Salon hinabstiegen, wo Aperol Spritzes und Negronis warteten, befanden sie sich in einer Weltwahrer ruhiger Luxus, ein Konzept, das von der Marke Brunello Cinelli gefeiert wird. Die Teilnehmer, die Brunello Cinelli trugen, passten zur Eleganz des sanft beleuchteten Schattens. Sie trugen dezent Neutraltöne, makellos maßgeschneiderte Anzüge und gelegentliche geschmackvolle Verzierungen. Bei Una serata italiana, einem von Brunello Cinelli selbst veranstalteten italienischen Abend, waren Mitglieder der Familie Cinelli, Oprah, Gwyneth Paltrow und Brett Falchock, Jennifer Lopez und Ben Affleck, Demi Moore, James Machen, Chris Pine, John Hamm, Jeremy Allen White, Henry Golding, 2A Duva, Katharina Hahn, Rashida Jones, J. Ellis, Ashley Park und Paul Furman, Mende Moore, Zacapa und Onetitus, Alessandra Ambrosio und mehr anwesend. Allerdings wurde Meghan Markle nicht eingeladen. Obwohl Oprah versuchte, sie einzuladen, mochten viele Leute beim Abendessen, einschließlich Gwyneth Paltrow, Meghan Markles Erscheinung nicht. Gäste, die an Abendessen teilnehmen, müssen ihre Handys verstauen, während sie sich an familienfreundlichen Gerichten erfreuen und Gespräche genießen. Dies könnte für Meghan schwer sein. Niemand wollte Meghan in Hollywood. Sie hat Jennifer Aniston schon früh verärgert, und zwischen dem und der Schlange, und eine große Alistarrolle zu bekommen, war sie entweder unbekannt oder gehasst. Viele Menschen haben sich darüber geärgert, dass sie mit einem Titel zurückkam und erwartete, große Alistarrollen zu bekommen. Die Leute sozialisieren auch nicht mit ihr, weil sie eine schnüffende, erpressende Anhaftung eines Menschen ist, von der man fast nicht mehr loskommt, sobald sie sich festgesetzt hat. Dies kommt nach Gerüchten über einen Plan, den Meghan Markle folgen will, Gwyneths Vorbild. Gwyneth Paltrow hat berühmt eine ganzheitliche Diät- und Fitnessplan als Teil ihrer Goop Wellness Marke aufgestellt, und es kursieren Gerüchte, dass Meghan Markle eine ähnliche Marke als Nachahmung auf der Grundlage eines Stichblocks erstellen möchte. Der Plan kommt, nachdem Meghan versucht hat, Goop zu kaufen. Die Herzogin von Sussex versuchte, sich mit Paltrow anzufreunden, im Rahmen eines Plans, ihre eigene Wellness Marke zu erstellen, berichtete die Nachrichten.